Da sind's Ich hab vergessen schon wieder zu fragen Ok ok 3b ok Gute Frage Und du ringerst es an So machen wir's auf illegale Basis Ah auf legale Basis Ne und er meinte aber ich bin im Fortnite deine Maschine nicht mehr Aber Niko ist eh sympathisch Was hast du gegen ihn? Tja jetzt bewegt dann Bei mir ist ein Gegner Halt ganz kurz So ich hab ihn Ja komm Tja man Finischt der Gleis Hallo Ich bin am Weg Ich sehn Ah scheiß Joa Boah Was machst du? Plessen ist zu Plessen ist zu hart Plessen sind viel zu viele Was für Nix nochmal Ich will die Mission nicht fahren Ey geh mal Gruppenkerle Nix Gruppenkerle Gruppenkerle ist scheiße Ja ok Warte ganz kurz Warte ganz kurz Warte jetzt kurz mein controller Ja ja mach 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 Weil ich dass du während dem Spiel außer Disconnect ist Ich schwöre ich hoffe das geht sich aus es geht sich aus es dauert drei jahre man kann bis nach afrika lassen bis das ladet nix nix den ja was ist das jetzt ja so ich höre ich du bist da nein nein wegen mein controller aber ich muss jetzt dieses geile neue weg bringt das ist so easy zu bekommen was für so easy oh ja man muss ich hab's mehr ich hab's mehr angeschaut von einem wie was muss man muss du musst gar keine challenge du musst dich einfach nur zwischen ich glaube sonntag und montag einfach im battle royale einloggen oder so und in party royale einfach nur reingehen ich schicke dir dann ein screenshot sonntag und montag diese woche nein ja du musst dich zwischen nein ich glaube zwischen samstag und montag also samstag sonntag oder montag ja musst du dich einmal in party royale einloggen nein ich dachte man muss um drei uhr mit diesem event dabei sein nein es gibt einen zweiten termin das ist um 20 aber da muss doch nicht dabei sein du musst einfach nur ganz normal in party royale einloggen in party royale genau ja gut das machen wir würde ich sagen dann am sonntag oder samstag bei mir ja ich komme ich mache mich ich ja ja picket den einen habe ich die big oder hat wohl heck er hat durch die wand geschossen bei mir sind gegner bin ich mache mich am weg weg gegangen aber ist noch da glaube ich ich bin schon da bin schon da er ist oben im haus bei mir bei mir bei mir da schieß doch er hat 1 hp 1 hp 1 einen größeren huren sonne habe ich nicht gesehen nico gillian helfen gillian helfen das sind alle solo ja oder wie viele botgranaten hat der so ein nico komm her oder ich habe mir anders und jetzt holt er meine waffe wahrscheinlich noch aua aua nico beilig nico beilig die linie fahrer ist meine tippe nico beilig denn ja die ist da hat schon an dem hat der nehmt keine ahnung aber er ist eh nur low also er ist extrem low er hat 5 hp nein er hat mehr hp als 5 aber nein jetzt hat er nico ihn auch ja ja genau meine farmers nehmen meine lille farmers nimmt die brauche ich dann bitte nimm alles märz und so ja nimm alles mit ja sehr gut unsere karte ja die mir dann einfach irgendwas leons karte leons karte da waren zwei karten die karte dann drinnen siehst du das nicht weiter wenn der meine karte jetzt verfallen hätte lassen ich glaube ich jetzt die karte wieviel zeit hätte ich noch eh 30 sekunden oder so fast noch also nicht heftig jetzt aber trotzdem let's go schüssen an Pass auf die Anstelle! Scheisse man, Nico, du musst... Nicht mit meiner Farm, was nicht die Minimum verbraucht. Nico, hält dich! Lauf zum Bus, egal. Er hat X, er kann... Ja, ich wollt grad sagen, er hat eine Mini und sonst nix. Ja, scheisse. Drop mir bitte die grüne Farmers. Oder das grüne Sturmgewäss, mir scheisse egal. Danke, Bruder. 20 Minimum. Lern, verpisst dich. Ich will auch, Moni, danke, 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 danke. Wer jetzt? Wer? Ach so, der Nico. Ich hab ne Tag, also Nico hat ne Tag für dich? Hast du ne Tag für dich? Ja, ich hab ne. Ich hab deine Farmers. Geh ich dir an. Geht der Reboot wenn schon? So ein Worte, ja. Sorry, Digga. Sorry, Digga. Ich hab, ich hab jetzt 5 von 5 Kills. Erste, erste Stufe abgeschlossen. Ich sag, ich sei, das werde ich halt diesmal als Kill, weil... 10 hoch, 10 hoch, 10 hoch. Oder nein, ich nehm die Farmers. Nichts nimmst du die Farmers. Nicht die Farmers, die... Ja, ohja, die Farmers. Die auch, die kriegst du. Ja. Danke, weil ich... Mit der kann ich lasern, wenn ich... Komm ja. Wenn ich... Wenn ich rebooten kann... Machs, Digga! Ja, von Afrika und... Scheiße. Ich seh ihn nicht. Da hinten sind sie. Die sind dahinten mit ihren scheiß Granaten. Äh, Digga, komm her, komm her. Oder heilin, heilin. Ich seh ihn, ich seh ihn am Dach. Ich verteidige. Ich mach das schon. Boah, halt was. Was soll ich machen? Ach, wo bist du, Alter? Wo bist du? Ey, was? Wo bin ich, Digga? Ich steh da. Ich... Ich hab's einem... Mh... Na, Moment. Was soll ich machen? Ich, Digga, ich steh da. Ich... Er holt mich mit Pistol. Was tats... Was... Was ist das mit den Nosekins? Ich versteh das nicht. Ich versteh's auch nicht. Alle mit... Nosekin-Tänzen und... Und... Alter, ich check das nicht. Was haben... Was ist das jetzt im Hab, oder was? Ich... Ich weiß nicht. Weil normal... Wenn es ein Bot wär, aber die haben ja nicht die Bots gespielt. Das waren ja keine Bots. Das waren eigentlich gute Spieler. Naja, gut. Naja, okay. Aber trotzdem. Also, die konnten editieren halt und so, aber... Ich weiß nicht. Ja, deswegen waren es auch safe keine Bots, aber... Ja. Was halt lustig ist, ihr wisst ja, Aim-Bot kannst du dir ja ganz mal kaufen. Ja, schon. Und Midas, der hat einfach so generell Aim-Bot, also... Auf Drumgon, ja. Na, es ist kein Scherz. Es ist wie wenn du die Aim-Bot kaufst, würdest du mit Drumgon. Hey, ich weiß eh, ich weiß eh, ich weiß eh. Aber ohne Scheiß. Nein, nicht mit Midaskin, der Boss. Midas, der Boss. Hat einen... Eine Art von Aim-Bot. Alles nicht den Aim-Bot, der... Ja, gut. Ich mein... Wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Gemma... 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 Äh... Retail. Was? Oder... Ja... Geh im Retail. Ja. Digga, warum gehst du... Okay. Leon, du gehst aus Uzbekistan, lootest, holst Heli und holst uns ab. Okay. Wir versuchen zu überleben. Challenge. Ja, ich... Ich geh dort auf den Berg, weil ich hab keinen Bock auf Retail. Er geht in Uzbekistan. Ich geh auch Retail. Ja, sehr gut. Weil ich brauch Chests. Ja, ich auch. Ich brauch 12 Chests. Und... Ein paar Kills wär natürlich schön. Weil... Okay, nein, vielleicht kann ich Muskel cutten. Nein, das geht sich nicht raus, dort gibt's kein Waffen. Was? Ach so. Aber Muskel cutten ist, ich könnte ihn nicht so machen. Aber es gibt keine Waffen bei ihm. Ja, das ist scheiße. Also du kannst keine Chests machen. Man, Nico, das war mein Haus, du Kekofanta. Interessiere ich jetzt eher, wenn ich dachte. Ich glaube, es sind keine Gegner mitgekommen. Das wär... Das wär schmackhaft. Nein, ich war eh nur der erste Sketch. Ich glaub's, ich hab Waffen. Epic Games sollte so... Goldenes K. Erste Kiste. Goldenes K. Ich bin Standardskill. Juhu. 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 Komm, komm, komm. Flex ein bisschen mehr. Flex ein bisschen mehr. Ach, noch nicht. Oder? Nein. Soll ich noch... Nein, nicht. Ich mach ne Piste auf. Äh, Gegner. Ne Chase auf. Bei mir. Ich bin am Arsch. Was ist das? Du bist ne Goldeneska. Ja, was soll ich im Lackhafte mit Waffen werden? Drassen. Haben. Sehr gut, Nico. Hobs genommen. Hobs genommen. Hobs genommen. Ich brauch ein paar Kissen. Ich hab nur ne Goldeneska. Ah. Das ist nur ne Goldeneska. Eh nur. Okay, jetzt hab ich ne Tech. Ja, was soll ich machen? Okay. Ohne Machine Pistole. Jetzt ist gut. Ich hab ne Goldene Pistole. Flex, Flex. Ey, wollen wir? Wollen wir Taschen? Und Leonhard den Scheiß verlassen? Ich bin eh noch da. Aber jetzt hab ich wenigstens so ne legendäre Truhe. Und ich hab nur ne Pump Flex, Flex. Oh, ja. Taktische oder ne welche? Ne normale Pump. Also ne wirkliche Pump. Die wir in Crater haben. Ja, ne Pump Gun. Es gibt ne... Schau, es gibt ne Pump Gun und ne taktische Schrotflinte. Äh, ja. Taktische ist die Tech. Und Pump Gun ist die ja Pump. Genau. Genau. Okay. Hey, das Haus ist da halber zerstört. Es liegt Mooney hier rum. Aber nicht gelostet. Mann, was habt ihr hier alles gelostet? Ich hab keine einzige Chesthaft gemacht. Let's go. Yalla. Okay, eine hab ich halt für die Goldeneska. Ah. Standard Skill ist in. äh, weißt du natürlich dieses, äh, dieses mein Livestream jetzt schaust. Ich hab jetzt so ein Chest aufgemacht und jetzt hab ich ne lilanet Tech und ne lilanet Pump. Oha. Oha. Wer darf sie bekommen? Ich sag Nico, nimm sie, wenn du sie willst, weil ich hab ja schon. Ich, 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 ich bin Double Pump. Jetzt ohne Spaß, einmal so, einmal so ein Hit geben, kurz hüpfen und dann... Da röste teure Scheiße auf. Ich will nicht nach oder holen. Machst du mich. Mann, Jungs, ich hab keine Chest noch gemacht. Ich muss es für Challenge machen. Ja, was auch? Ja. Ich hab einer von 15 oder so. Ja, ich hab jetzt ihn aufgemacht. Ich hab jetzt ihn aufgemacht. Ah, als ob, diga. Ja, Nico ist, Nico ist dieser Chest, Fladerach. Ich so. Ja, ich brauch's. Egal ob man Monikist oder Chase braucht, Nico hat's gefunden. Aber du bist, du bist viel, du bist viel höheres Level als wir. Ja, okay, es geht eigentlich. Wir sind jetzt ziemlich, du bist jetzt... Ja, okay, du bist 30 Level. Oder wie viel weiter, ja. Nein. Ja, 30 Level ziemlich. Zone kommt, Leute. Oh, Scheiße. Ja. Lass, lass schon mal Zone gehen. Langsam und gechillt. Ich hätte Sturzpolster, also wenn ihr... Oh ja, sehr gut, sehr gut. Ich nehm Botgranaten mit. Wirst du gesniped? Mach es doch erst an der hier. Egal. Jetzt hab ich keiner mehr. Egal. Egal. Minispray-Track für dich hier. Oh ja. Ja, ja, ja. Danke, danke, danke. Ehrenhaft. Kannst du die Restlichen mitnehmen bitte? Ja, kann ich, kann ich, kann ich. Lass ich einfach die Klongranaten oder... Kannst du die Granaten? Oder kann jemand Medikit mitnehmen? Ja. Ja, perfekt. So. Nico spielt GTA in Fortnite. X-Taste zum Laufen und drücken. Nee. Ich war früher immer so dumm. Ich hab auf amerikanischen Servern gespielt. Warum? Ich hatte jedes Mal ein 100 plus Ping. Und dann bin ich drauf gekommen, ah scheiße. Naja, aber jetzt spiel ich auf europäischen Servern und... Digga, ich hab auch 13er Ping. Das schmeckt. Ich hab... Ich hab sogar einen guten Ping, wenn du vor ozeanischen Servern spielst. Ja, dann warum hast du überhaupt auf amerikanischen Servern gespielt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ihr müsst ozeanische Spiele oder das sind die, dann kann jeder zwei in die Bank machen. Ja, ozeanische sind wirklich, äh, Bots, Bots, Bots. Boah, Dig, oh mein Gott. Ozeanische Server. Und dann, ähm, Ding. Äh, Teams. Ohne Matchmaking. Ohne Skill-based Matchmaking. Digga. Da kann jeder Solo-Gasers-Groats machen. Easy. Das ist so wie Kreativ-Modus, Digga. Mir gefällt dir eigentlich, ich mag das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, du kannst auch schon 10 Mal mit Realize-Level sein. Eben, ich weiß nicht. Können wir ja nächste Runde probieren, wenn ihr wollt. Aber Leon... Leon muss dann auf ozeanische Server einstellen. Ich kann nicht verstehen, ich kann euch nicht versprechen, dass er wie lange da noch gut ist. Na ja, ich weiß nicht, dass er dann noch gut ist. Ich hab das mit Peng gemacht. Ich spiel sie mit, wenn er so. Mein, 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 mein Ding ist so scheiße. Game of Friends. Ich hab mit dem Deckabend oder so Arbeit, und ich hab mir dann gesagt. Es ist ihm halt nicht mal aufgefallen, dass er so, wo sie haben, mit dem Server einspiel. Und ich bin so, mit Minderung getrinkt. Ja, wir spielen auch auf ozeanischen Server. Haha. Ich bin so, mit dem Server einwand. Ey, nein, wo komm ich jetzt hin? Ich bin in die Toilette reingegangen. Ah! Okay, gut. Ich bin bei den Handlangern. Komm schnell! Ich hole jetzt den Heli. Scheißegal. Er ist gleich da. Ach so, dort bin ich hingegangen auch mit, ähm. Ich stell ihn zumindest in die Zone. Wolltest du vorher eine Tür? Hier. Ich bin Frenzy. Hahaha. Danke, Sniko. Heli. Pump, 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 pump. Sniko, gönn dir, gönn dir auch ein BG, da sind drastisch. Ach so, du bist full. Kann bitte mir, ähm, Money geben für, ähm. Jungs! Zone! Ja, dann geh zur Heli. Ich brauche Maschinen. Ich hab Jumpers. Ich hab Jumpers. Oder wir brauchen gar nicht. Die Zone, die sind schneller als die Zone. Ja, eben. Kommt. Kann man dann nachher bitte, wenn Maschinenpistolen... Ja, ja, ich hab, ich hab genug. Ja. Ja. Ich kann dir was geben. Und ich bräuchte Sniper Money. Sniper Money gebe ich dir auch gerne. Sehr gut, danke. Ich hab bei vorne den Newsmodo gespielt. Komm hierher, nur eine Tour geöffnet. Und was gehe ich aus der anderen draus? Natürlich goldene Pfannen. Na ja, Mann. Ja. Der hat's schön. Den hat's schon noch nicht. Der hat schon noch nicht. Lern, da sind noch Medikets. Ich weiß nicht, wieviel du noch tragen kannst. Ich hab ihn schon drei, aber... Nein, 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 wenn du drei hast... Sniper Money. Ah ja. Komm ja, komm ja. Das ist einfach, äh, Ding. Einer von... Ihr könnt euch eh mitgeben. Einer von euch. Könnt ihr? Ja. Als man hintermacht, um einziger Kassel, wenn man zu sich hat. Ja, okay. Ich geh mir einfach an. Da waren eh viel zu viele da oben. Da sind glaube ich noch zwei Medikets. Nein, nein. Okay. Nimm das mit. Nimm das mit. Niko, wüsste. Da bist du. Da bist du ja. Ich dachte grad, du bist wieder in Usbekistan. Das... Das wär jetzt ein schöner Win. Ich hab... Ich hab... Ich hab ein Jumper. Zwei Biggies. Eine Scar, eine Snapper. Das ist... Das ist so gut. Mein Loot ist so Baba. Okay. Ich hab... Ah, wir werden angeschossen. Von wo? Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Größter Hurensohn. Ich treff nicht. Ich hab ihn so gefickt, Junge, da. Bam. Ich hab ihn so viel Schaden gemacht und dann treff ich nichts. Ey, ich brauch... Ja. Da ist noch ein Mediket, kannst du hören. Jungs, ich brauch äh... Du kannst den Fischler gönnen. Was brauchst du, Preitrag? Sag, ich hab... Ah, Skarmony. Sturmgewehrmony. Komm her. Komm her. Pass auf. Ja, pass auf. Sehr gut. Wie viel, wie viel hast du? Ich hab 80. Gib mir ungefähr... Keine Ahnung, gib mir 20. 20, 40 reicht. Danke. Oha. Danke, Digga. So, da war irgendwo vorne war blauer Ritterin. Diese OG. Also ich hab Angst. Dass wir gesnippt werden. Ich markier's euch jetzt wo. Da. Was los? Was los? Ich hab so Baba Loot da. Ja, ich auch. Hab... Ja, ich scheißegal. Wir bleiben hier. Ja, dann... Ich hab ne lila Nesga. Ne lila Nesga. Ne lila Nesga. Da hinten kämpfen wahrscheinlich die irgendwelche Schwung, du? Die die das hier... Ja, das sind... Das sind OGs, in Anführungszeichen. Hinter dem Berg. Das ist halt schon traurig, dass man... Ah, scheiße. Da... Da läuft einer weg. Scheiß drauf. Ich hab... Weiter. Ich hab so Baba Loot, einer. Sag, sag, was hast du? Ja. Brutus, ähm, Minigun. Oha. Ne lila Nesga. Und ne lila Nesga. Ja, man. Gigi. Zwei Minis und drei Medkits. S... Leon, pass auf! Snap! Snap! Die machen Double Snap. Die machen Double. Wie denn? Ja, die Budoranten, ja. Nico, pass auf. Schau, da kann ich ganz den Tag noch springen, du Königs. Was macht der da schon wieder? Ja, der macht's. Hörst dich, Snacken dich, du Lappen! Nicht? Ja. Die treffen eh nicht. Die sind gut, ich schwöre dir, die sind gut. Leider, du stehst da auch mitten im Weg herum. Ich spring hier ganze Zeit rum und hab mich nicht einmal drauf. Was, was muss man da erzählen? Wenn die gut sind, dann sind die. Schau, der schießt nicht einmal fünf Meter, der schießt zehn Meter von mir. Ja, okay, da hast du recht. Aber trotzdem, wir sollten... Wir sollten aufpassen. Das war knapp nur mit zwei Meter entfernt. Ich darf einmal Glück glaubt. Okay, das sind Bots, das sind Bots. Naja. Ich weiß nicht, wie sehr die Fahrschule müssen, wenn sie echte Spieler sind. Boah, der hat zwei Meter fünfzig. Und dann ist da so ein Fettsack Brutus, der versucht zu snappen. Und dann haben wir Highground, Leute. Ist so. Bitte, Zone, bitte. Vier, drei, zwei. Zone, Zone. Ah! Ich hab Jumped. Wir können uns damit auch noch den Highgrounds machen. Ich hab einen Jumped. Was wollten wir machen? Ich bin einfach... Wir sind eh gleich wieder... Der Horn sonst nervt noch immer auf mich. Er hat was gegen mich. Hier schwörsere ich. Ich... Es ist halt schon so ein richtiges Hitlerkind. Er ist ein Sandler. Nicht, dass er auf die da hinten geht, die da gerade angreifen. Er hat sich geduckt. Ja und? Soll er sich ducken? Ich hätt den fast gesnappt. Er kann meine Treppe wegsnappen. Richtig krasses Wetter. Ich schwör. Ich hab zwei Zuschauer. Heftig. Ninja und Standardskill. Schauen wir zu. Ja. Wer es glaubt. Wir haben nicht gelangst nicht gelangst. Hab einen genockt. Oh mein Gott, das ist wichtig. Sehr wichtig, Leon. Jetzt machen die Rückzug. Ihr heilen, heilen, schnell, heilen, schnell. Heilen, schnell. Heilen, schnell. Ich geb euch Deckung. Ich sag noch, Exel nicht zu lang. Sie kommen. Sie kommen mit Jumped. Ja, aber. Jungs. Snicko. Noch einer, noch einer. Ah, ah, ah. Mal was, wach mal. Die größten Schwitzer. Das sind die größten Schwitzer. Aber ehrenlos. Die haben ehrenlos gespielt. Wollen wir. Was wollen wir jetzt spielen? Nochmal. Nochmal. Teams. Ja, kommt Teams. Ey, mein Controller ist, äh. Ein Controller ist, äh. Nein, oder? Wenn mein WLAN da nicht mehr Arsch ist, kannst du dich am Arsch essen. Haha. Okay, mach ich, wenn es dann am Arsch ist. Oh. Ansage. Ja. Ja. Im Controller ist, äh. Jungs, schwitzen eure Hände gerade auch extrem? Nein. Digga. Das ist, das kommt bei mir erst nach 12 Stunden am Stück. 12 Stunden am Stück. Böse, böse. Aber, das ist zu viel. Wenn du das auf Dauer machst, dann bin ich gut. Digga, 12 Stunden. In 12 Stunden zocken, ich würd sterben. Ja. Machst für 12 Stunden easy. Weil der Niko wann spielst du heute, du musst für die Schule auch irgendwas machen. Ja, das mach ich im Ladescreeni mach. Ja. Dafür ist geht der Niko das Beste, ja. Oh mein Gott. Es ist nicht lang, ich war. Wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Ich würd sagen fast Frenzyr. Oder Grotto. Junge, was? Usbekistan dann gleich. Äh. Hä, was geht jetzt Grotto? Ja. Okay, geh mal Grotto. Scheiß drauf. Ich will einfach mal Brutus Minigern auskosten. Ach so. Auskosten. Ich dachte die wirklich ewig. Okay. Ich dachte sie ewig nicht, ehrlich jetzt. Ich schwöre. Ich dachte sie so lange nicht. Ja, ich glaub, sie entschillt dein Leben. Und wie viel Zuschauer haben wir schon? 10? Und wie viel Zuschauer haben wir schon? Und noch immer 2. Standardskill und Ninja schauen noch immer zu intensive Zuschauer. Also wenn Stani und Ninja zuschauen würden. Was dann? Was dann? Dann würde die ganze Community von denen zuschauen. Dann hättest du... Ja, wieso? Oh ja, safe. Dann hätt ich Millionen von uns zuschauen. Dann hätt ich jetzt keine Gegner bei Grotto. Ja, aber wir werden... Ey, ich wette. Ich sag jetzt auch in-Stream. Ich hab das hier... Ich nehme das alles hier auf. Ich wette. Das sollen wir jetzt landen. Sind wir gleich nach 2 Minuten tot. Wäre nicht früher. Es ist immer so ein Grotto. Dann nehme ich im Baseballschläger und schiebe ihn mir nachschauen. Dir? Niko, warum schiebst du denn die nicht woanders ran? Ah! Ah, ich bin bei Brutus! Ich bin bei Brutus! Ich bin bei Brutus! Ich bin bei Brutus reingelaufen! Ah! Digger Scheiße! Jungs! Jungs! Ich bin bei Brutus reingelaufen! Ja warte, ich weiß jetzt nicht mehr wie ich zu euch runterkomme. Niko, wo bist du? Niko, wo bist du? Ja, Heavy-Sniper! Das gibt dir noch... Ich bin bei Brutus reingelaufen! Niko, äh, Leon, wo bist du? Ich bin bei Brutus reingelaufen! Kann ich bitte irgendeine Minigun? Vielleicht Brutus oder ganz normale, wenn es gibt auch. Ist mir auch egal. Ja, ja. Gönn den Tresor! 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 Mach doch Tresor auf, du Keg! Wartet, wartet auf mich, ich bin bei... Ah! Drei Zuschauer! Ich bin bei euch! Bruder! Ich bin bei euch! Ich bin bei euch! Leon, ich muss immer anruieren, wir grenzen um die Beute! Aber was kann ich warten? Ich hab halt keine Munition, ne? Also... Niko hat er zählt so viel Muni! Hoffma's mal! Hoffma! Niko! Muni! Für was? Haben wir eine Minigun bitte? Für AR! Oben liegt eine Minigun! Danke! Boah! Digga, wie viel Muni hast du, Digga? Uhuh! Hat noch jemand Snapper Muni? Ja, ich kann dir was gönnen! Da sind Minis? Nein, leider, ich hab gar nix! Sorry! Achso, okay, okay! Nein, nein, nein! Scheiße! Unson! Haben! Ich hab jetzt geglaubt, das sind diese... Lul wieder einfach brutus eine Minigun liegt und keiner will sie haben! Na, wir haben sie dir gelassen! Achso, danke! Ja, gerne, gerne! Ah, Gegner! 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 Ich komme! Ich komme! HALT DAUS! HALT DAUS! Ich hab ihn! Er hatte kein Erwarten! Also du hast ihn hier! Ah, ah, ah! Mehrere Gegner bei mir! Mehrere Gegner bei mir! Ah, ah! Ah! Boah, 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 boah! Ahaha! Ja, Leon! Spray rein! Kleiner Hude! Kleiner Hude! vor der training hat sich ausgezahlt direkt 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 ich brauche ja chill dein leben weil ich habe jetzt fast alles verbraucht kann über mp muni geben bruder ich habe 20 was euch gegeben ja ich gebe die nächste ordnaten hier 125 ja nico wo bist du? Zone! AHHHHH! Zone! was hast du immer mit deiner scheißzone oder? ne wir verrecken er hat äh deine kontrolle sind auch fast klar steckt mit kabel an steckt man da kannst du nicht scheiße lernen Zone komm bitte nico ich habe zwei minis für dich lernen ich nehme sie dir mit egal lass ihn noch ich gönne da ein medkit noch ein bot treff doch warte ich stecke jetzt meinen anderen controller an nochmal also aufladen naja sehr gut mach schneller das ich mache kann ich schneller ja wir sind einfach in der Zone naja ok zwei Zuschauer dass ihr ein bisschen begeistert dass du ein bisschen begeistert bist oder? ja ok muss jetzt gehen nochmal wo seid ihr? Richtung Zone Weg Richtung Zone ja man bitte wartet auf mich ich verrecken ja ja komm ich habe minis für dich ich habe dran minis achso ich muss so verrecken 100 Leben wenn wir 5 Meter gefüllt weg sind wenn wir 5 Meter gefüllt weg sind ich bin ich einfach nur verrascht maaaannn so wo soll man denn raus gehen? wie geht man hier raus? snico ich folge dir ich habe keine ahnung ich kenn mich in grotto nicht aus achso mit heli ja lass mit heli gehen ja 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 du fliegst weißt ja weil ich muss mir noch voll deine Ska machen ich bin am weg warte 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 ich putze meinen Arsch drauf ich bin schon da ich muss dann aber ein bisschen farmen nico komm wir warten auf dich auch kurz nico komm schnell flieg flieg ok ich weiß nicht aaaaaaah er muss noch einmal aufrüsten schafft man nicht doch doch nein wir schaffen das nico flieg flieg scheiße das machst du ich wollte schauen ob ich da durchfliegen kann aber es geht nicht raus geh 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 rauf 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 ich habe 79 kp ich will dir schnell in der zone sein möglich wenn du in der zone verreckst dann zuck dich aus nico alter geht's ohne leon und bin ich schneller als ihr bitte bitte ja duf da auch ein heli alter hä wie ist er so schnell hä wie bist du aaaah aaaah warte ich schau grad auf der gegner sind ja lass lass fischen ich bin mir da schnell zwei minis ja okay die mp brauche ich eigentlich eh nicht wenn ich eh brutus minigern hab ja ja nachher wahrscheinlich brauche ich für für dings für minigern brauche ich wahrscheinlich nachher was 194 level 194 ok 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 hoch aber die daily challenges die bringen eigentlich eh ganz ok xp ja mit dem minigern ist halt schwierig vielleicht kann ich uns ich hab ähm ne lila ne ak ne grüne tag und brutus minigern ich hab lila ne ak äh diese diese mp von den äh bots von den handlagern wie heißt die schnell feuer ja ja dann hab ich blaue tag und sechs minis und heavy heavy snapper dann kommst du goldene star lila ne farm blaue maschine und goldene jorge ahja oh mein gott jungs äh meine gewesen heli von uns aber ok meine ansage ist gescheitert ich hab gesagt wir sterben in den ersten zwei minuten wenn das der win wird ah nico wie viel metz hast du circa weil ich könnte bisschen holz brauchen keine ahnung ich hab 300 ungefähr 50 leute 50 oder 50 oder 50 Dank ich hab keine ahnung was ihr mit 50 ich hab keine ahnung wer sowit 50 ja ja dass ich komplett ah gar nichts hab ach von den anderen ich habe eh hundert fünf steine und achte mit mein chat geht ab ich habe gar nicht geschaut eine grüne experiment war bei noch wer schaut dazu ah man und chat wie geht es euch so ja du bist so ein arsch ich dachte ich habe geschossen zu laufen ich wollte nur schon leer und ich habe kein herzinfarkt bekommen danke danke dafür so dankstelle brennt bunker brennt da könnte jemand sein sieht ziemlich fest aus zone verschwind doch nicht die muni dein leben ja mir geht es auch gut danke 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 und was habt ihr noch so gemacht heute habt ihr wenn ich fragen darf ich habe keine ahnung es sind es sind zwei personen ok ja 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 aus meiner schule also sind halt nur die die ich kenne es ist einer aus meiner nebenklasse und der zweite zuschauer habe ich keine ahnung schreibt nicht in die klären die dir schon die klären sie dir schon probleme du ich war macki und wer hat fahren mit meinen nachbarn krass ich steck fest nein ich steck haram ich werde keine zone hat spaß gemacht jungs burschen 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 links da war auch einer ja da ist slurpy da da hat regenschirm jungs kommt da sind bots bots Ich hab ein gesnipet, ich hab ein gesnipet! Jungs! Hier! Ballert drauf! Ballert drauf! Wo seid ihr? Man, er ist jetzt nock, er ist nock. Ja, sehr gut, Nico. Gute Idee. Ja, warte, ich gepushen, ich gepushen. Machen wir, machen wir dann Crea für Zasatour. Ja, Mann, machen wir. Was? Okay. Scheiß, wundern, er hat ja noch geheilt, diga. Schön, damit ich denke, ich bekomme. Ja, ja, sind jetzt beide da. Ja, wir haben Gönn, der BG. Habt ihr alle genug Muni? Ich bin dabei, vielleicht kann mir wir geben 5 Muni oder so, ich brauche wirklich nicht mehr. Komm her, komm her. Brauchst du MP Muni? Nein, eigentlich nicht. Warte, kann wir die Fische mitnehmen? Oh, nein, eigentlich nicht, ich hab 6 Munis. Ja, ich auch. Warte, dann können ich mir die anderen Fische mitnehmen. Dann nimm du die Fische, oder ja? Ja, was hab ich heute gemacht? Ich hab heute gelernt, 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 dann waren wir Fahrradfahren, auch. Ey, ich bin full mit Holz, ich geb euch die Hälfte. Geht schon, der BG. 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 Das ist ganz kurz glaube ich Scheiße die kann man ja stabil ja ganz stabil Ja nico sehr gut Ja stark Ich würde nicht pushen nicht pushen Wieso nicht pushen das sind alles man uns geht sind aber sehr wie die heftigsten schweizer Sag ich aber schau seine Borskis an Ach von oben von oben ich hole die anderen ich hole die anderen weil ich ja so krass bin Keine Hude finish 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 Haben wir jetzt alle nein da ist noch einer über uns über uns leon Ach 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 er schießt mich an Ich seh ihn ich seh'n Aber nur los Boah Arschloch Nein Siko is down Ja wurscht ich glaub mit Franzi können wir ihn vielleicht noch rebooten keine ahnung Ah ich weiss nicht Glaub nicht Habt eigentlich jetzt kein bock auf baubattle mit denen Niko wo ist deine reboot card Ah bei mir bei mir bei mir Er pusht mich er pusht mich Ich geh ins haus ich geh ins haus Ich baue mich gerade raus aus dem haus also Ich bin im haus Ah bei mir Nein nein hinter dir vor dir leon unter dir unter dir unter dir unter dir Ja Wir verrägten ihn safe aber wir können da noch welche holen von denen zumindest Leon wir tun nicht einfach dass du dir editiert hast sondern einfach deinen eigenen Wahnsinn gemacht hast Ah scheiße Dauert zehnmal länger zu editen Es ist vier gegen eins Vier gegen eins Das schafft Leon sicher Ja Leon Wir glauben an dich Soll ich spray da dann einfach mit dem Minigang rein Was Der Leon da ist jetzt schade Das wär zu unwahrscheinlich Alter Ja dann fräse ich bin Komm Wir haben einmal Wir haben einmal um 100 Euro gespielt hier und Leon Gott sei Dank hat er verloren Also ich hab halt nichts bekommen aber Ich hätte fast gewonnen Er wurde zweiter Solo versus Teams Ja Bleib bleib Ja 1 gegen 2 1 gegen 2 Er fickt dich durch Fenster Pass auf Safe Tanz 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 Aber das bringt fettig sp Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Ich will jetzt nicht du versus Squad spielen oder irgendeinem Scheiß Was für du versus Squad Du versus Squad Er ist zwei Menschen weißt du Er zählt als zwei Er ist eine Maschine Geh raus Achso aber die anderen Die ist zehn zu zweit als vier oder was Ja Das sind auch zwei Maschinen Jetzt nimmt die dich hops Es ist eins gegen eins gegen eins Ja wo soll ich gehen? Ah nirgends du bist im Sandwich Du bist so im Sandwich Ja scheiße Egal Egal lan Bah kibe Busja Ich weiß nicht Leon Leon hinterlaağı Sohne Hinter dir, hinter dir! Rechts! Rechts und links! Links! Lass sie! Lass sie kämpfen! Sag keinen Ausspruch daran! Lass sie kämpfen! Lass sie kämpfen! Atme nicht! Atme nicht! Was machst du? Ja ich muss in die Zone gehen Achso Ahh Du hast keine Metz Du hast keine Metz Komm Bitte er soll den anholen Bleib noch wo du bist Komm Leon Nein Schieß ihn runter Schieß ihn runter mit Minigun Schieß ihn runter mit Minigun Minigun und runter schießen Da Oben 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 Die Treppe Ja nein Er kommt zu dir Zu spät Ja Keine full damage Bleib wo du bist Bleib wo du bist Geh und gönn doch Da ist wieder Jesus Da ist wieder Jesus Hehehe Schaut Nico denkt das ist Jesus Hehehe Ja wenn ich Metz gehabt hätte Du hätt den Hubs genommen er hat genommen aber die zwei hätten als ich einfach gegenseitig äh hätten gegenseitig gefeiert und ich hätte dann einfach noch einen hit ausgeteilt und abgestopft und ja ey bro bitte mach ganz schnell mach ganz schnell kardimodus wisst ihr wann jesus musik macht nein wann achso um 3 Uhr in der früh um 3 Uhr in der früh ja geh mal Party Royale bei mir im zimmer gibt es gerade 3000 grad ich musste das fenster aufmachen oder ich sterbe mit diesen mit diesen mit diesen Spielzeug Soldaten da sag ich jetzt mal ja mit den grünen alter du kannst so hart du hast du abwarten dann sieht dich überhaupt nicht ja naja ähm nur schon Vorteil also wenn man so am Anfang am Anfang war es zum Beispiel so es war noch heftiger also du hast genau dieselbe Farbe wie das Gras entfordert und diese Gebüsche und so du hast genau dieselbe Farbe und dann haben sie das bisschen dunkler gemacht dann war er so ja so mittelmäßig auch jemand sieht er halt noch immer nicht aber ja boah diese musik ist heftig das ist so ähm 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 ich weiß nicht das erinnert mich an irgendwas wo sollen wir hingehen meine Freunde zum Konzert oh ja aber es gibt jetzt keins glaube ich nein eh nicht und drauf ja schau mal ja Nico schaust du wir machen ja Shareplay und du spielst für uns ich schaue mir das nicht an oder ich habe ja keine letzten oder danke Nico das ist sehr nett aber wo gibt es diese ganzen Attems ich weiß nicht ich wollte gerade fragen hä wo bei dir ok ich habe zwei Zuschauer es könnte wirklich jetzt noch Ninja und Sunny sein ey ein Angel leer nicht ich habe dich gar nicht warum kann man wir gehen Bogenschießen Jungs wir gehen jetzt Bogenschießen ja du kommst mit nein ich will jetzt nicht Bogenschießen ich bin Arschloch abhängen dein Party ja morgen morgen gehen wir eh Training also oder kommst du ja ich komme eh immer aber was ist das jetzt für ein Scheiß ein Stück pro Stack hä ja ich kann mit denen fliegen ich kann mit dem Fliegen wenn du da ein Zinn hast ok warte Nico wo sind die Quads so Leute ihr werdet ihr werdet jetzt meine Bogenschießenskills sehen schaut ihr da bam 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 welche daneben daneben ich hab dir geholfen scheiße ich wollte ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich such sie gerade auch Nico wo sind die Quads ich hab keine Ahnung ich such sie gerade auch der Scheiß er will nicht schau ich kann nicht wechseln warum kann ich nicht auf Spitzacke wechseln es gibt keine Pickaxe in der Mode hey wie es gibt keine Pickaxe Junge ich raste dich aus mach es gibt keine Pickaxe in der Mode du kannst nur ich wollte schlechsen mit goldener Pickaxe weil das natürlich ja auch alle haben die goldene Pickaxe was diese Disco Kugel da unten Junge ok ich spiele jetzt in der Tour es reicht Nico mach mal mach mal rein erst wo habt ihr diese Scheiß Quads ja ok ne sag's ihm nicht sag's ihm nicht so ein Arsch danke Nico danke Leon danke Leon und die Frage ist wie komme ich da hin so ein Arschloch ja jetzt ist Stefan du Spaß schleiß dich mal vor meinem Ding ja Bro Markierung ist weg markier nicht Leon Leon markier jetzt soll ich noch mal zurück fahren habe ich einen letzten schleiß dich jetzt zurück war der Muskelkater schon schwindelig von dem ganzen hin und her fahren so wo ist Quads ich bin jetzt da wo ist Quads Steffen nein Steffen Steffen nein Niko noch nicht bleib stehen Niko noch nicht warte Niko noch nicht ich geb dir ich geb dir Schutz wir spinn jetzt Mario Kart Mario Kart in Fortnite äh wo fahrst du uns grad hin wo fahrst du uns grad hin ach so tue 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 was ist das wo ist Konzert der Leon ich bin hier betrunken von deinem fahr'n da da aha kek hat 2 auf muskelkrater hat 2 neuer orientierungspunkt Leon das nenne ich Profifahrer du lenkst mich ab ich geh steig aus nein ich bleib bei dir aha vermasselt vermasselt fahrt deine Mama und dein Vater und dich vermasselt was Leon wo ist Jesus wo ist hier hey da vorne ist Event da es ist grad Event es ist grad Event Leon das ist kein Event das ist immer so aber diese da diese es ist Event du Lappen du steigst aus ja es ist Event Jesus da ist er da ist er da ist er da das ist immer so das ist nicht das Event so Leute also wenn ihr bockhaft auf das Event es ist kein Travis Scott Event sondern es ist so es ist so ein ganz leichtes Event ja ich weiß eigentlich nur aber man bekommt das Backplane EOMOBIL bitte bitte Hallo Leon ja ja achso mein das ist doch kommt mal dahin kommt mal da zu mir kommt zu mir bei Konzert boah die Musik Mehmetz moin wie auch immer nein bruder mein stream fuck ok Leute Mehmetz wer bist du Digga ja guten Tag ich bin ein YouTuber er streamt auf Twitch aha das ist Mehmetz ja ich Felix wie geht's bruder nein ich stream nicht auf Twitch ich bin jetzt ich bin jetzt auf YouTube ok das heißt Memes ja ich weiß was Memes heißt aber ich sage mal mit haha so äh wer schaut mit mir um 3 Uhr in der Früh das Live Event Kappa Leon du doch sicher oder oder Nico bestimmt na schau als das Live Event sehr gut ah äh ähm ja gut ich glaube da brauchen wir nichts sagen was für Patrick's Beauty Palace du Hund so ein Hund so ein Hund so ein Hund so ein Hund hat hat ja Kräfterspiess Jungs wollt ihr ein Kräfterspiess sowas nicht auf reines sehr gut Nico fahr mich herum bittee nico 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 deshalb habe ich auch diese legs natürlich luxus körper boah leon was geierst du da oben ich gehe mit ihm ich sehe keinen katzen lernt ein kleiner katzenarsch wird gesehen von steffen von steffen nico nico wo fährst du mich dahin auf ende der map er kann wir machen der von es gibt hier in der front wo gibt es hier mit den fern die da war markiert hat da wo ich mag jetzt habe ich dachte man muss immer nicht mal schneller ist nico du leck ich gehe schwimmer sehr gut ja sehr gute aber 18 schule genau freut ihr euch ja das möchte leon das möchte leon ich sage ich sage für ihn die antwort ja ich möchte dass wir hätten fort mit die er sie hätte fort die schütze und das ist er schaden die wirtschaftlichen die schon gerne und vom an die gewandt die rechte von der stule wäre auch wenn wir am freitag auch ein paar war wieder einmal in und das wieder einmal in der woche den geben wo man einfach machen kann was man will in der schule also herzlichen noch herzlichen er schritt der fußball oder mit ansamt im amt samstag und amt und die schule gehen aber das ist eins zu eins mein englisch lehrer jungs ich bin ja ich bin ja brutus oder ich bin brutus jetzt bin ich nicht mehr brutus jetzt bin ich ja tschüss tschu 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 er warte mal ich will der frau mitmachen das ist der frau schau das schaut so aus gehen wir dann gehen wir dann das ist ein der frau und immer ein gemarland müssen reingehen ich war auch in deiner mama drinnen das war kein schlecht schlecht leider leider damit dass wir seine karriere war dass die rote gestohlen muss ich alles voll neu laufen danke es gibt die gleich karte meine rache gehen mal lutschen tschu 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 nur so zur frage wo ist dann der brand ich weiß nicht das sollte der fan sein ich weiß jetzt nicht was du da jetzt als der frau der geschaut auch auf die map es ist es sieht halt wirklich aus es ist halt wirklich in der frau versteckte der franz wir müssen diesen checkpoint such mal ich weiß nicht wo das ist dieser startpunkt ich bin in meinem bosszimmer also kommt da mal bitte alle rein zu behaben der besprechung jungs ich wette leon hat mich gestummt ja ja kommen sie in meinen office kommen sie alle meine schöne in mein office ja ich strafe sie mit einem pümpel im arsch ich bin die lache die er war es ein schwurchtel nein sie habe ich bespitzen mich und haben mich bestellt er ist jesus wo ist jesus da hat er Prozent auch die in Karte auf den Karten und Karten Prozent bei der Anwohner die Anwanderung ich habe scheiße die Kuh die Kuhmung mit dem muss beten Niko du musst beten wenn wir von dieser Schwulen Sau weggegeben die Kuhm Prozent Achtungen Prozent Prozent die Gäste Prozent E-Mail aber ich hab' ich spielte der Garnia die Namen Lärm ich kann die die Ehe zu viel so viel zu tun und zu köstlich zu viel kräfte spieß man kann diese bürger fischen leon bist du bisher verbeugt und joh hast du schlicht ich werde ich werde von beiden bespricht ich habe spritzpartie ich schaue mal welche die freunde von den auchhörern sind ich finde es einfach nur geil wie sich jeder auf privat seine lobby hat ich auch bei mir auch so alle haben auf privat ja ok wenn man nicht will dass irgendwelche keks joinen dann ist schon besser deshalb stelle ich auch meine deshalb stelle ich auch meine party mal privat dass du nicht joinst leon Prozent auch wieder naja nicht sehr ich mach die vorallem mit niemals in den in den Nikos Arsch wir müssen ein Pimpel in Nikos Arsch ist und dann saugen wir ihn aus ja das machst du lernen das machst du kündigen kündigen ja nach nach heute kommt kommt schneller die mann wir nehmen lernen wir nehmen dass nico von hinten um ein gotter an die wir ich steigte ein paar und hielt nicht gegen die auflage warte oh hey das ist glaube ich sogar dafür gemacht graben tanz ja ehrenmann ich komme mit ich mache deine ich mache den plan jetzt auch auch nein leon dein lieblings tanz hast du ihn ich habe es noch nicht geschafft ich nehme die hintere auflage ich nehme wieder die die weitere ok war die weitere stefan verpiss ich ganz kurz ich war zu niedrig mit 1 2 mm hellern du bist jetzt so schnell da rift steffen nein weit auch jemand steffen so hat die standards gilt nein was nicht wenn ich gar weiter was ich ganz ehrlich ich werde die mit dem kopf diese langen spieler jetzt immer immer lustig bombe genau lass mich jetzt ich will auch mich hinschießen soll ich höhe oder niedriger bitte leon lass kurz bitte warte 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 ich warte kurz lass es lass es ich richte dich aus kannst du nicht oh ja geh raus ich glaube schon dass ich es kann ja ja die neuner macht nach ihr schwänze wo hast du hingehen äh circa äh noch zwei drüber noch zwei ringe drüber zwei drei ringe drüber man ich hätte dich getroffen also im himmel zwei drüber über die über die scheibe so ungefähr naja ja zwei dringe ja 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 sehr gut bisschen noch höher wärs gut bleib stehen bleib stehen bleib stehen kurz ich hab was lustig was ist das ja was ist das burger ich hab hunger lass mich ey warte mal warte mal auf muskelkatas brust die pümpel da sieht lustig aus euer nippeln da in deinem Bauch Stefan hat er den Weg nicht warte Pritak lass kurz geh aufs ganz normal pickaxe halt ich ja wir können oh ja geile nippeln warte 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 du hast nix mehr oder nein ich seh ja alles ich mach dir noch einen Schwanz ich mach dir auch einen Schwanz na Leon ey schau mal achja mach nochmal clearspens schau mal achja ich hab zwei ich brauch dir noch einen gewinnen Ey im derrl Leon braucht zwei ich hab mich ich hab Double ich hab Double Double Dublin Gunter Banane Ja Tun den Arsch Junge geil Ja Banane auf Kopf in der Hand die Verkaufel im Leben unhöflich unhöflich ihr möchtet nur ein Team mit Schrauben und das eine Mutter heute nach die und die zu dieser Künste und ich hoffe dass er sich gleich Ja, ich habe auf die Schenkel geschossen. Leon? Was für das hat mein Schenkel geschossen? Leon? Redet Leon was bei euch? Mh, nein. Er ist dumm. Okay. Ich rede etwas. Er redet etwas. Sagt er. Ich werde mich wieder beläsigen über diese Scheiß-Karze. Abonnenten. Habt ihr auch schon herausgefunden, dass man fischen kann? Sehr gut. Tschüss, bis morgen. Ich muss uns auf. Ciao. Ja, scheiß ich auch. Ja, gut, ebenfalls. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Niko, 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 Niko. Warte kurz. Gib mir schnell deine Nummer. Gib mir schnell deine Nummer. Ich habe mein Handy gar nicht da. Scheiße. Ja, okay. Gibt es nicht mehr morgen, Digga. Aber wir dürfen nicht vergessen.